Wir sind aus Lörrach hier zu uns hochgekommen. Wie weit ist das weg? Also wir sind fast aus Lörrach. Wir sind aus Grenzachwiel und das sind ungefähr 170 Kilometer. Wie seid ihr auf die ganze Aktion aufmerksam geworden? Mein Mann hat es in einer Kanu-Zeitschrift gesehen und dann hat er mir das vorgestellt. Das wäre doch eine tolle Idee und ich fand das dann auch. Okay. Das heißt, ihr habt schon irgendwie was mit dem Kanu-Sport zu tun? Nein, überhaupt gar nicht. Okay. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin, mich mal dafür zu interessieren. Jedenfalls habe ich dann zwei Zeitschriften gekauft, Kanu und Kajak, also die beiden gängigen. Und in beiden wurde eure Aktion vorgestellt und wie gesagt, da wir noch gar nichts damit zu tun hatten, war das natürlich eine mega spannende Geschichte. Und was habt ihr dann heute getestet? Ja, wir haben Kajaks ausprobiert, weil Kanadier kannte ich schon. Ich bin schon häufiger mit einem, oder häufiger, das ist übertrieben, drei, vier Mal mit einem Freund Kanadier gefahren und das ist für mich ergonomisch ehrlich gesagt nicht so das Ding. Und dann habe ich gesagt, probiere ich doch mal Kajaks aus. Und was haben wir heute ausprobiert? Wir haben Schlauchkajaks, Zweier und Tandem. Da habe ich auch heute gelernt, dass das ein Unterschied ist. Zweier und Tandem ausprobiert. Wir haben ein Zweier Faltboot ausprobiert. Meine Frau hat Stand-Up Paddling ausprobiert, hat sich da auch sehr gut gemacht. Das habe ich lieber bleiben lassen. Ich habe noch zwei Einnahmen ausprobiert, ein Faltboot und ein Festboot. Ja, das war schon sehr interessant, muss ich sagen, weil das doch alles recht unterschiedlich ist. Wie war es bei dir mit dem Stand-Up Paddeln? Hat super Spaß gemacht. Ja, würde ich sofort wieder machen. Okay. Und du warst auch fleißig mit dabei, ne? Hat es dir auch Spaß gemacht? Ja. Ja? Würdest du das öfter machen demnächst? Habt ihr da im Familienkreis schon drüber gesprochen, ob dir jetzt der Paddelsport zu euren Hobbys gehört? Naja, eigentlich nicht, aber Papa hat gesagt, er überlegt mal. Aha. Und was wird der Papa am liebsten haben? Ja, also wir sind schon sehr interessiert und was uns heute am meisten, für die Familie am meisten gefallen hat, war eben von Aquaglide ein Tandem-Kajak. Sehr wichtig. Und genau, von Lifetime so ein kleines Paddelboot für unsere Kleine hier. Da bist du ordentlich mit übers Wasser gesprintet, ne? Ja. Das hat, glaube ich, mächtig Spaß gemacht, oder? Mhm. Okay, dann vielen, vielen Dank. Ja, euch auch ganz herzlichen Dank. War eine super Geschichte. Ja, fand ich auch. Klasse Aktion. Super nettes Team, tolle Einweisung, hat echt viel Spaß gemacht. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.